Duale Studenten können wir uns richtig was bewegen. Ich bin Dominik. Ich habe im Jahr 2019 hier bei Keller mein Studium Maschinenbau, Konstruktion und Entwicklung an der dualen Hochschule begonnen. Ich bin Fabian und ich habe mein duales Studium zum Bachelor of Engineering Fach in Maschinenbau, Konstruktion und Entwicklung 2013 bei Keller Dufttechnik begonnen. Und zwar den 16 abgeschlossen. Besonders viel Spaß hat mir im Studium die Arbeit im Versuchsfeld gemacht. Dabei konnte man verschiedene Projekte umsetzen und konnte auch tatsächlich selber an den Anlagen von uns arbeiten. In der Praxisphase ist man hier im Unternehmen und durchläuft mehrere Abteilungen. Dabei hat man auch viele Projektarbeiten, die sich dann bis zur Bachelorarbeit können wir mehr wissenschaftlich aufbauen. Für mich ist bei diesem Studium besonders wichtig gewesen, dass man auch das in der Theorie Gelernte praktisch umsetzen kann, während den Praxisphasen hier bei Keller Lufttechnik. Am besten während dem Studium hat mir gefallen der Aufenthalt bei unseren Doktorunternehmen in den USA. Dort konnte ich acht Wochen ein Projekt bearbeiten und dabei auch die Mitarbeiter und die Kultur in Amerika kennenlernen. Die Firma Keller ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Insbesondere der Umgang mit den Mitarbeitern, finde ich, macht dieses Unternehmen so besonders. Die Zusammenarbeit mit dem Ausbilder, aber auch mit den anderen Studenten im Unternehmen ist immer sehr zielführend und angenehm. Dual Studenten können bei uns richtig was bewirken. Hier stehen dir alle Türen offen. Kommt zu können. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.